Der Oger Empire Slot Hi, hier ist Franke von den Casino News. Beim Oger Empire Slot von Petsoft Gaming musst du eine Stadt vor einem Oger beschützen. Der Held des Oger Empire Slot ist eine riesige grüne Kreatur, die eine Ähnlichkeit mit der bekannten Zeichentrickfigur Schreck hat. Dieser besondere Oger ist groß neben dem Spielfeld mit drei Reihen und fünf Walzen zu sehen. Das Spiel hat 25 feste Gewinnlinien. Der Oger Empire Slot hat einen Tag- und Nachtzyklus. Der Slot beginnt am Tag, hier ist der Oger wach und terrorisiert die Bewohner. Das Licht bringt wilde Blumen hervor, die bis zu drei benachbarte Symbole als Walen erscheinen lassen können. Wenn der Oger zornig wird, kann er auch mit seiner Keule die Rollen zerschmettern. Dabei fallen neue Symbole auf den Bildschirm. Mit dem Erscheinen des großen Mondsymbols bricht die Dunkelheit an. Der Oger schläft und die Menschen in der Stadt sind von ihnen erlöst. Die Joker, Königinnen und Königsymbole kommen nachts hinter Buchstabensymbole hervor. Musik Das Erscheinen der großen Sonne bringt jedoch das Licht zurück. Es gibt dem Oger die Energie, das Leben der Stadtbewohner wieder zu stören. Musik Es gibt im Oger Empire Slot auch ein Minispiel, dass die Gewinne nach einem erfolgreichen Spin verdoppeln kann. Du musst hier eine Münze werfen. Hat dir dieses Video gefallen? Dann like es, gib ihm einen Daumen nach oben. Abonniere meinen Kanal, damit du als erstes informiert wirst, wenn es was Neues oder Interessantes in der spannenden Welt des Online-Gamblings gibt. Besten Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Video.